Musik So, moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter News. Ja, diese Woche war ja vollgestopft mit neuen Informationen und auch einem sehr schönen neuen Item und das werdet ihr jetzt hier alles in dem Video erfahren. Den Anfang macht der 2-Bein-Zielstock. Zu diesem Zielstock habe ich natürlich auch ein Review gemacht, was ihr unten in der Infobox anklicken könnt oder ihr guckt einfach das letzte Video in meiner Videoliste durch oder ihr klickt einfach auf die Playlist von meinen Reviews. Das sind ja jetzt noch nicht so viele und da kommt ihr auch zu dem Zielstock. Ich war mit dem Zielstock jetzt auch ein bisschen auf der Jagd, auf ein, zwei Jagden jetzt und habe ihn ein wenig getestet. Und muss wirklich sagen, er hat noch ein paar Kinderkrankheiten. Also, die Entwickler müssen noch ein bisschen nachpatchen, ein bisschen in dem Handling und vor allem noch die Armbrust dazu adden, dass man die auch rauftun kann. Und ja, dann ist es eigentlich ein super Item und ein Must-Have für jeden Jäger. Der nächste Punkt ist dann das Valentinstag-Event 2017. Dieses Event startet nächsten Montag und es wird vollgestopft sein mit allerhand Competitions. Vielleicht kommen auch ein paar neue Missionen dazu und mit diesen Missionen auch ein paar coole Preise. Also, letztes Jahr konnte man ja die Ushanka-Mütze gewinnen und dieses Jahr würde ich mir was ähnliches Cooles wünschen. Also, so eine kleine Gimmicks. Es kann auch einfach nur ein kleiner Reskin von irgendeinem Kleidungsstück sein, aber so eine Sache, die wünscht man sich halt. Und damit kann man sich dann halt auch so auszeichnen. Ey, guckt mal, ich war dabei und ja, das wünschen wir uns halt alle und vor allem in dieser Zeit, wo jetzt der Hunter mehr auf die Community hören möchte, wäre es auf jeden Fall auch ein guter Schritt in die richtige Richtung, da so ein kostenloses Item zu geben. Für euch heißt es eigentlich nur, nächste Woche Montag einfach mal vorbeizugucken bei der Hunter und eventuell ein paar Missionen zu machen, an ein paar Competitions teilzunehmen und sich auch mal die Sales anzugucken, weil da kann man wirklich immer viele Sachen zu einem guten Preis abstauben, wenn man jetzt halt nicht schon alles hat. Das letzte Thema bezüglich der Hunter Classic wird ein Feature sein, mit dem man die Posen in einem Trophyshot ändert. Und diese Fähigkeit oder dieses Feature haben wir uns schon sehr lange gewünscht, weil jeder kennt das Problem, der Jäger sieht auf dem Trophyshot immer gleich aus. Und wenn man einen etwas realistischeren Trophyshot machen möchte und nicht gerade das Tier so in die Höhe reißt und einfach nur zeigen will, ich habe großes Tier geschossen und es ein wenig realistischer haben will, dann sollte der Jäger auch immer ein wenig anders aussehen. Auf dem Foto hier sieht man jetzt halt richtig schön, wie der Jäger die Schrotflinte so im Arm hält und die Hand so schön auf seinem Oberschenkel ablegt. Und dieses Feature finde ich einfach phänomenal. Und da sieht man auch schon wieder einmal deutlicher, der Hunter möchte jetzt oder die Entwickler möchten jetzt mehr auf die Community zugehen. Weil es ist jetzt halt wirklich so, man versucht die Leute, die jetzt so beide Spiele mögen, also The Hunter Call of the Wild und The Hunter Classic, auch wirklich auch für Classic immer noch weiter zu begeistern. Dass die nicht mit The Hunter Classic aufhören und die Leute, die sich eventuell schon für Call of the Wild gänzlich entschieden haben, eventuell nochmal ihre Meinung überdenken und auch noch ein Stück bei Classic bleiben. Mit solchen Features könnte das auf jeden Fall funktionieren und ich bin sehr gespannt, was sich da in den nächsten Wochen ergibt. Und damit wären wir jetzt am Ende des Videos angekommen und ich kann euch eigentlich nur nochmal eine Kleinigkeit ins Gedächtnis rufen. Am 16. Februar kommt ja jetzt Call of the Wild raus und diejenigen, die es sich noch nicht vorbestellt haben, sollten dies auf jeden Fall bei Amazon tun. Denn bei Amazon bekommt man eine Schrotflinte dazu, für die, die es noch nicht wissen, wenn man bei Amazon vorbestellt, bekommt man einfach einen Vorbestellerbonus. Eigentlich so wie bei allen anderen Spielen auch, also wie bei Ubisoft zum Beispiel oder bei Origin, hier bei Battlefield, da kriegt man halt immer so eine kleinen Sachen, wenn man ein Spiel vorbestellt. Und dies bekommt man halt auch bei Call of the Wild, da bekommt man eine schöne Schrotflinte. Das steht alles auch schön bei Amazon beschrieben. Also einfach mal reinklicken und vorbestellen. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache wäre, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr die zwei neuen Features findet. Also wie findet ihr den, ja, den 3-Wein-Zier-Stock und was haltet ihr von den neuen Posen, die dann für den Trophy-Shot kommen. Auf diese Posen oder auf dieses Feature freue ich mich ja ganz besonders und kann es auch eigentlich kaum noch abwarten, das auszuprobieren. und, ja, die Trophy-Shots noch ein wenig authentischer zu gestalten. Und, ja, einfach damit ab in die Kommentare und dann wären wir jetzt eigentlich am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!